Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel War Machines. Das Panzerspiel hat man ja gestern schon mal gespielt also wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen wie gestern. Einmal starten und warten. Schön, dass draußen heute so ein Sturm ist und Regen. Weil die kann man heute den ganzen Tag schön spielen. Haha, immer die Nachrichten. So und die nächste Nachricht. Und da sind wir schon. Ich habe gestern noch einmal, ich habe nicht mehr gespielt gestern. Aber ich hatte hier einmal aufgerüstet. Ach ne, das war bei... Ah, was ist denn das jetzt hier? Einmal zurück. Bei Upgrades war das. Einlösen. So, haben wir gemacht. Ich habe noch 900. Das kann ich doch machen für 900. Jawohl, ja. Das dauert 2 Minuten. Das dauert ein bisschen lange. Deswegen werden wir einfach ein Kampf machen. Oh, gratis. Da müssen wir mal nachgucken. Nice. Sonst noch was? Gratis testen. Jo, machen wir. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Hm. Da steht doch. Gratis testversion. Egal. Shop. Clan. Dann geht das auf Level 5. Okay. Wir sind Level 1. Oh, ausrüsten. 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 Und da habe ich nichts. Jeder gegen jeden. Jeder gegen jeden ist immer gut. Oh, es sind jetzt ein paar mehr. Ich hatte vorhin nur zwei. Dorf und dieses hier. Mist. War nicht mein Kill. Ja, schnell nachladen. Ach, Mensch. War auch nicht mein Kill. Oh. Oh, wei. Egal. Fuck. Voll. Voll erwischt. Voll erwischt. Geld einsammeln, bevor wir sterben. Was ist das ist, was was das ist. schnell ah Medipack ah ahhh hey Jawohl, ja. Ah. Ah. Ah, Mist. Hat er mich erwischt. F1 starten und wieder F1. Medipack brauchen wir nicht. Ein Schuss und schneller. Jawohl. Das ist hinter ein Haus. Da komme ich nicht ran. Ach, egal. Einmal gestorben, 3 Tote. Dritter Platz. Kann man mit leben. Muss man aber nicht. Deswegen probieren wir jetzt besser zu werden. Eine Silberkiste. Machen wir mal später die Bewertung. Das ist alles zu teuer. Machen wir den Motor besser rein. Das ist noch eine Schlacht. Das war 2. Oh. Die Karte kenne ich noch nicht. Jetzt mal auf 1 drücken. Das ist schon zu. Nein. Nein. Also. Es ist noch ein Haus. ich warte noch keinen schaden mein schuss ok schnell weg diese Sau hat mich nur erwischt da oder ein Schuss dann ist er Watt und ein die Kriegs nicht kaputt Aber den? Wow! Da ist hier noch einer. Wo soll ich ihn jetzt hin? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Helikopter. Der will mich doch nicht beschießen. Da ist nichts. Ein Engländer. Man kann nicht kaputt haben. Also ein bisschen ist die Steuerung ein bisschen scheiße. Oh, sag ich doch. Erster. Mit den dritten gehen wir uns nicht zufrieden. Wir wollen Erster werden. Das ist doch mal richtig nice. Das müsste auch eigentlich gleich zu Ende sein. Meine 10 Minuten habe ich glaube ich schon gespielt. Wie lange dauert das freischalten? Das dauert noch eine Minute. Ich kann immer nur eine freischalten gleichzeitig. Das ist doch doof. Warum gibt es denn hier vier Felder? Mal kurz gucken. Upgrades. Einlösen. Perfekt. Dann machen wir jetzt hier weiter. Mit der Panzerung. Haben wir gemacht. Upgrades. Und jetzt. Ja. Panzer. Ach. Ne. Premium. Kriege ich ja nicht. Wollte er mir nicht geben. Sind mir alles zu teuer. Für die Panzer. Ich rüste lieber meinen erstmal komplett auf. Soweit ich kann. Und ich bin immer noch Level 1. Hm. Schaden. Na gut. Da. Truhe offen. Ich kann sie jetzt öffnen. Öffnen. Was ist drinne? Juhu. Ich weiß gar nicht wie ich die benutzen kann. Freischalten. Starte. Zehn Minuten. Na. Komm. Wir schauen einmal was da drinne ist. Ist ja kein Thema. Und es waren jetzt zwei Diamanten. Ich habe sieben. Und da waren sieben Diamanten drin. Hat sich doch rentiert. Gut. Dann möchte ich das Spiel mal beenden. Und mir mein Ticket abholen. Und da würde ich mal sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.